top die wette gilt seitdem ist der menschen auch ganz vorschloss ein das war nicht gespeckt bis jetzt bin ich gut durchgekommen ich glaube das ändert sich gut hier fliegen frontflügel hektika rega oder schaffe ich das auf Fahrrad durchzufahren da kriege ich fünf sekunden für die kriege ich aber in der box weg oder leute fahrt einfach bitte hart an mir vorbei nein das habe ich wegen old man gaming fünf sekunden bekommen entschuldigung angenommen fahrt doch einfach vorbei meine kürze egal ist er hier fast wie im frankfurt nachmittag ich habe angeblich illegal einen überholt ich hätte mir kurz davor rausgegeben lassen hier an deine position zurück fahr jetzt ich habe jetzt extra zwei plätze geopfert ihr seid zwei plätze vor jetzt warum fährt er jetzt an der seite wenn er nass ist dann kannst du ihn überholen wenn er so an der seite fährt ich nehme keine strafe und hoffe es mir egal oh habe ich kein flieger glaub doch und Danke. Ich habe es nicht hingeguckt. Was ist denn das? Hä? Was ist denn mit den... Was ist denn mit den Spielen? Was ist denn jetzt richtig? Was ist denn mit den Spielen? Was ist denn mit den Spielen? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020